Die Naruto Mythics sind endlich in Fortnite drin und ich habe ein geleaktes Video gefunden, wo wir uns die Fähigkeiten mal anschauen können. Deswegen lasst unbedingt jetzt ein Like da und ein Follow, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand in Fortnite sein wollt. Und wir schauen direkt rein, wir fangen an mit der Feuerbändiger-Fähigkeit. Man schießt da so eine Art, boah, man kann so einen fetten Kick machen und man schießt so eine Art Frisbee, Feuer-Frisbees. Mit der Luftfähigkeit kann man hochspringen und man kann auf so ein Windrad, man kann sich in so einem Rad voll schnell bewegen. Okay, geiles Movement-Item auf jeden Fall und es ist eher so ein Movement-Item anstatt ein Damage-Item. Und als Steinbändiger oder Erdbändiger kann man einfach so eine Schutzwand sich setzen. Richtig nice Fähigkeiten. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ich muss sagen, ich finde die Windbändiger fast am besten. Viel Spaß mit dem neuen Fortnite-Update.